Liebe Damen und Herren, hier habe ich sehr viel geschnitten, dafür nochmal sorry, weil es war ein bisschen zu lang und jetzt viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Hey, ihr kleinen Fratze, willkommen zu einem neuen Woblogs Video hier auf meinem Kanal, er lädt gerade noch. Ich habe auch wieder perfekt die Aufnahme gestartet. Finn-Gaming ist heute mal ausgangsweise nicht mit dabei. Seine Maus hat nicht einen Akku, also er hat keine Kabelmaus, sondern eine kabellose Maus. Und jetzt ist der Akku irgendwie leer oder kaputt oder irgend so ein Kram. Also passt schon. Geht da, okay, schaust du. Zack. Okay, wir spielen, äh... Okay, ich habe eine Knarre. Ich spawn im Wasser, geil. Äh, äh, li... Okay. Du fährst. Gut, wir machen wir es. Äh, kannst du bitte wegfahren? Okay. Nächste, da ist sie. Ich bin einfach mal ein bisschen... Okay, wieso funktioniert... Doch, ich kann so mit diesem Spielen, also da ist sie. Ah, 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 bam. Ja, endlich ist unser Schiff, dann ganz da. Der lange Klau hat... Kann nicht ganz, aber da. Okay, sorry für die kleine Rucklöch. Ich lade im Hintergrund AX Survivaly Wolf runter. Okay, wie lädt man nach? Mit... Ja... Ja, ja, warte, er. Ich habe jetzt ein Ende, bloß irgendwie hat sie die Farbe verloren. Leute... Könnt ihr mal... Du fährst. Du fährst. Du fährst. Du fährst. Guten Tag. Boah, ich habe die überschlagen lassen. Man muss kregen jetzt hier. Hier Die machen wir mal ein bisschen runter Ich weiß jetzt nicht, ob es so schmerz ist, sich nicht zu bewegen Ich dachte ja, man hätte einen Stirnbaum dran Dreck, get down Drei, zwei, eins Aber wir waren einer der letzten Überlebenden Also Na gut, nicht die letzten, aber Drei, da habe ich mich aber getötet Wenn ich es nicht geschafft habe Ich fahre hier gerade hoch Au, au, au Pause Achso, stimmt, jetzt muss ich ja wieder gesettet werden Boah, 5% Chance, kann ich jetzt pushen Äh Oh mein Gott, das war mein Name Oh, so knapp einladen Ich werde alle ein, in mein Boot zu kommen Ich nehme Diesmal Äh Ich nehme diesen Ja, ne, das hier Äh Ich bin alleine Ich habe sie doch eingeladen Okay, ich werde nur fahren ja schon Oh Ich werde nur fahren ja schon Oh Heiliger Okay, ich fahre schön bisschen rum Ich werde mich einfach nur verteidigen, König Kann ja nicht schießen Warte, ich werde auf eine andere Jacht rumspringen Warte, ich werde auf eine andere Jacht rumspringen Ich werde versuchen Achso, man kann nicht geradeaus fahren und wenn das lenken und dort kommen Kann ich mich nicht auf der Insel retten? Oh Okay Das testen wir mal gleich Guten Tag Äh Alter, der Jachtfahrer da hinten, der soll mich mal mitnehmen Kollege, 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 Kollege Du drückst mich drunter Oh kacke Oh nein Nein, dreh dich doch rum Hm So eine Scheiße, aber auch So eine Scheiße, aber auch Okay, jetzt kann ich mich nur verteidigen Wo ist er? Der wird mich doch direkt bekommen Ja, los, retten sie mich Los, hallo, retten Rettet mich jemand Ja, zieh da hinten, retten sie mich, bitte Help Bitte 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 Ja, hallo, hallo Ho Nein, bitte retten sie mich doch Bitte Ja, bitte, hallo Dieser Wichser will mich weg haben Oh mein Gott, so ein kleiner Muss der mich jetzt retten? Hier, hier, hallo, hallo, hallo Lassen Sie mich mit drauf? Oh oh Geil Hier ist ein Schiff leer stehend Oh mein Gott Weißt du, da ist er Geilo Geilo Oh mein Gott Ich hab sie Oh mein Gott, ich bin in der Jahr Geil Ich hab sie Oh geil, hallo Oh mein Gott 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 Einer Einer geht Auch eine Gärtnerin Ich wär halt so gern mal high Für den Gaming habe ich ein Problem mit der Maus, denn ist er gerade weg. Wir wollten ja jetzt zusammen. Privat haben wir jetzt sehr viel gespielt. Titanic, zwei, ja, dann sind wir zusammen. Ja, jetzt ist schon eine Bonusrunde. Wer... Ich, ich. Nein, bitte nicht ich, nur für Titanic. Titanic. Diese hab ich denn jetzt ne... 10% Chance schon, Heil zu werden. Aber okay, diese Runde müssen wir auf jeden Fall noch spielen. Ist ne Bonusrunde. Da hat jemand Robux für ausgegeben. Okay. Okay, was ist am besten, wenn man sich retten kann? Nein, die Titanic ist direkt daneben. Oh nie, oh nie. Alle gehen auf Deck! Ja, hier sind Teile, da müssen wir uns drauf retten. Erstmal, Dai wird sich nur auf die Titanic konzentrieren. Ich hätte mit in das Miniboot gestalten sollen. So viel ist, dass ich immer die schon getöteten Teile. Kacke, ich muss hier drauf. Ich muss es einfach. Wo ist er? Unter mir gewesen. Oh mein Gott! Liebe Leute, an dieser Stelle würde ich dieses kleine Video auch finden. Bis zum nächsten Mal, haut rein! Ciao, ciao! Herr Biber abonnieren! Und die Glocke aktivieren! Lasst auch gern einen Like da! Dein Herr Biber! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!